Leonrot! 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 Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leonrot. Sicherlich spielen auch Sie öfters mal Turniere in einem fremden Club und wundern sich danach, warum es nicht so gut geklappt hat. Der Fehler liegt bei den meisten schon in der Vorbereitung. Mit den folgenden Punkten können Sie Fehler in einer Proberunde vermeiden und sich so deutlich besser auf ein Turnier vorbereiten. 1. Lernen Sie die Geschwindigkeit der Grüns kennen. Spielen Sie ein paar Putts von verschiedenen Situationen pro Grün. 2. Machen Sie sich Skizzen der Grüns und den Breaks auf den Grüns, um mögliche Anspielpunkte zu finden. 3. Definieren Sie Löcher, an denen Sie auf jeden Fall die Fahne attackieren oder nur das Grün anspielen. 4. Schlagen Sie an ein paar Dreilöchern einen Ball hinten und einen vorne ins Grün. 5. Notieren Sie sich die Schlägerwahl und die Windrichtung. 6. Üben Sie einige Schläge aus dem Bunker, denn nicht jeder Club hat den gleichen Sand. 7. Spielen Sie mehrere Chips aus unterschiedlich hohem Gras, um das Rollverhalten zu testen. Mit Hilfe dieser Punkte können Sie sich deutlich besser auf ein Auswärtsturnier vorbereiten und so Fehler vermeiden. Denken Sie immer daran, der Score zählt bei einer Proberunde nicht. 10. Spielen